und willkommen leute zu einer neuen folge let's play minecraft hier wieder euer keks kaiser folge nummer fünf leute und lang ist es her dass ich minecraft gespielt habe und es so viel komisches auf meinem kanal passiert ich freue mich jetzt eigentlich mal wieder aufnehmen zu können und auch jetzt sehr 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 vieles zu erzählen also wo beginne ich wir haben die zehn abonnenten geknackt erstmal leute also vielen dank dafür sorry mein handy ist gerade runter gefallen deshalb bin ich so komisch jedenfalls vielen dank leute wir haben die zehn abonnenten geknackt wir sind immer einen schritt weiter die 1000 zu knacken weil falls ihr nicht wisst auf youtube damit du geld verdienen kannst brauchst du 1000 abonnenten und deine zuschauer müssen mindestens 4000 stunden von deinem material angeschaut haben ihr denkt so 4000 stunden das ist ja viel aber sagen wir mal eine folge von mir ist zehn minuten ihr schaut doch sechs folgen an dann habt ihr schon eine stunde da müssen halt einfach 4000 leute sechs episoden anschauen und es ist viel ja ja aber ich meine bis man 1000 abonnenten hat hat man schon eine kleine gemeinschaft mit fans und ich freue mich diese zehn abonnenten mit euch zu feiern wir sind werden immer grösser wir sind zwar immer noch björn hat immer noch doppelt so viele abonnenten wie ich er hat nämlich 20 glaube ich also letztes mal wo ich nachgeschaut hat hat er 20 im unterricht ich war so björn du hast 20 abonnenten fuck you was ich jetzt gerade mache falls ihr fragt ich mache mich bereit ich will und zwar es kommt alles noch vor es ich habe gerade ein volles skript von sachen die ich erzählen werde und werde ich erstmal diesen tunnel weiter bauen so zehn abonnenten abgehackt auch stimmt wenn ihr irgendwas wollt etwas speziales als zehn abonnenten special was ich eigentlich schon bei der ersten folge gesagt habt schreibt mir einfach irgendwas in die kommentare solange es nichts dummes ist oder perverses so lange es nichts so schlimmes ist dann kann ich sicher machen und vor allem als zehn abonnenten special könnten etwas machen wahrscheinlich gibt es ja noch ein 50 abonnenten 100 abonnenten und so weiter ihr kennt ihr kennt das ihr kennt das ist die übliche geschichte so da haben wir das abgehackt ich mache jetzt hier ein paar treppen ich werde sehr viele brauchen merke ich gerade das ist nicht so optimal ha sollte vielleicht mein dings jetzt mal aufräumen okay ich versorge mal alles so mein nächstes part ist die letzten zwei videos die aufgetaucht sind und zwar extra clips eins und part vier vom let's play als ich part drei aufgenommen habe habe ich am gleichen tag auch noch part vier aufgenommen und ich dachte mir so ja geil kann ich schon ein bisschen im voraus denken ich lade jetzt part drei am freitag hoch wie immer ich hoffe heute für euch ist immer noch freitag dann habe ich nicht verkackt und dann halt am samstag eine extra episode ich dachte mir nichts schlimmes dabei aber dann habe ich es verschoben verschoben zum schneiden weil es war wir sind spazieren gegangen am samstag und irgendwann habe ich vergessen und dann kam der nächste freitag schon oder und ich hatte part vier sozusagen auf meinem handy aber noch nicht also auf meinem computer aber noch nicht geschnitten und dann hatte ich ein bisschen stress oder und dann kam noch hinzu ich durfte an diesem tag nicht mal playstation spielen habe ich panik bekommen und habe aber hatte dann gott sei dank part vier vor aufgenommen und deshalb ist part vier ein bisschen komisch da rede ich so ey leute wenn ihr das sieht ist samstag und ihr so hä warte was ja ja das ist einfach eine vor aufgenommene folge ich entschuldige mich jetzt schon an die leute die so weit schauen weil das ein bisschen langweilig ist weil ich will jetzt diese folge wird eher sprechen sein weil es gibt so viele dinge noch zu erklären so fucking viele dinge so nächster nächster punkt wir sind noch nicht fertig und diese extra clips videos falls ihr fragt ich glaube ich werde die ab mehr jetzt mehr aktuell raus haben immer wenn etwas irgendwas irgendwas lustiges passiert irgendwie halt ich falle und schreie so oder irgendwas anderes lustiges passiert dann werde ich das aufnehmen also klippen ihr wisst ja und dann als extra clip hochladen weil das ist nicht die let's play welt wie ich in den kommentaren geschrieben habe sondern eine neue separate welt und zwar mit björn und philip und ja und diese welt ist halt das lustige passiert ich bin philips loch reingegangen wenn du dich angeschaut habt link ist in der beschreibung könnt ihr auch anschauen oder schaut einfach das letzte video an das ist ja die extra clips an ich nehme garantiert eine schaufel mit ich meine ich den gleichen fehler wie letztes mal nee nee nicht mit mir nicht mit mir ich habe ja genug kohle also kann ich das eigentlich verschwinden so das war die regel zu den letzten folgen warum sie so chaotisch waren und extra sachen und so ab jetzt sollte eigentlich alles wieder normal sein freitagnachmittag ein neues video um 15 uhr wahrscheinlich circa 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 der nächsten punkt den ich behandeln will ist ein relativ großer und zwar geht es jetzt wieder zu minecraft also ihr könnt jetzt entspannen jetzt geht es wirklich los zur sache mein timer ist bei fünf minuten 50 sollte man auch ungefähr auch sein also ja wir müssen ja diamanten und eisen und gold und was was ich meinen und meinen ist relativ langweilig zum zuschauen ein typ geht in die höhle zack 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 oh geil diamanten zack 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 das kann und das dauert nie im leben kürzer als 20 minuten also wird sich das sowieso niemand anschauen weil laut den statistiken schauen sich schauen euch schaut ja auch leute nur 50 prozent von von den videos von mir fertig an was nicht so schlimm ist ich weiß die meisten davon sind langweilig aber langsam wird spannend glaubt glaubt mir weil sobald wir diamanten haben geht's ab jedenfalls habe ich schon gesagt abonniert mein kanal damit ihr der hundertste abonnent seit kappa und lasst ein like dabei und mein ziel ist es mein ziel ist es nicht unbedingt eine direkte zahl ich will einfach mehr als björn haben ihr kennt ja mein freund björn das brot er ladet ja auch videos hoch und er hat 20 abonnenten doppelt so viele wie ich und ich will diesen rekord unbedingt brechen also hilf mir indem ihr abonniert die glocke aktivieren und liked liked so und jetzt kommt der wichtige punkt wie schon gesagt mining langweilig jetzt gibt es aber alternative statt ein video zu machen vielleicht könnt ihr es schon denken bei der ich gehe jetzt schnell meine farme ich brauche ein bisschen essen und es ist dunkel fantastisch let's go und so gibt es alternative wo ich habe angst jetzt schon wieder ein creeper das wird doch doch nichts mit dem essen ich dachte ich habe irgendwie so ganzes feld gepflanzt ja eben jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend für mich weil ich habe zwei welten spiele ich jetzt gerade parallel und zwar die von meinen kollegen und jedenfalls alternative zu videos natürlich live streams das ist das perfekte zu meinen eine stunde so sieht sich dahin und meine halt ich baue blöcke ab beantworte frage von den kommentaren kann mit euch ein bisschen reden und ich glaube das ist ein guter weg ein bisschen bessere verbindungsabend zwischen zuschauer und creator lassen in den kommentaren bescheid ob ihr auch so etwas feiern würde in ein stunden stream ihr müsst ja nicht die ganze sache schauen wie schon gesagt wenn wir ein bisschen einfach nur die ersten zehn minuten anschauen wollt ja die letzten zehn minuten ja könnt ihr alles machen also sagt mir was ich jetzt zehn abonnenten special machen soll in den kommentaren wollt ihr einen zehn stunden ja genau zehn stunden und ich habe die fackel abgebaut autismus kick und ob ihr allerdings in ein stunden live stream wollt wie ich meine ja das war's so ich glaube ich kann jetzt nicht langsam essen habe ich nicht aber ich glaube es kommen werde ich ja ich habe wieder mal nicht geschafft meine ziele durchzusetzen auch hier machen wir so leute oft also während ich nicht eine folge aufnehmen werde ich dieses das hier fertig machen und dann wenn ihr den live stream wollt gibt es ein live stream wie ich meine weil ich glaube dazu kommen wir nicht mehr ich glaube ich fokussiere mich jetzt eher auf meine form fertig machen ich gehe erstmal schlafen ich idiote so dann haben wir tatsächlich jetzt wirklich alle alle punkte abgehackt wenn ich jetzt vergessen habe schreibt in die kommentare so jaja warte also zehn abonnenten habe ich gesagt letzte videos komisch habe ich erwähnt sorry noch mal drittes mal sorry und mining stream habe ich euch die idee gegeben wenn ihr wollt sagt bescheid so fokussieren uns auf minecraft ihr seht leute ich bin immer noch wie in der letzte folge gesagt kein essen nichts beutet wir müssen uns jetzt erstmal um die weizenplantage kümmern und dazu brauchst du weizen weizen machst aus samen und samendropp ist wenn du gras abbaust also gehen wir da hinten das gras abbauen ich liebe das alter ist so geil auf dem eis zu jumpen no joke das verdammt geil so seht ihr seht ihr das hier pflanzt es an wie letztens gesehen auf meiner plantage und ich bekomme weizen ja ich weiß es eine der langweiligen tasse aber ohne essen geht nichts stimmt was ich vielleicht vergessen habe oder zu fragen ich fandet ja eigentlich die letzte folge mit björn zusammen hat sie habt ihr es gefeiert dass ihr mit uns mit mir gespielt habt oder eher nicht also wollt ihr dass er wieder kommt oder wollt ihr dass ich diese welt alleine spiele eventuell hatte ich genau hier und spüle zurück wenn ich genug samen habe heißt was ich glaube ich mach das so leute ich hatte bis ich genug samen habe so leute sorry für den cut aber ich glaube ihr wollt nicht anschauen wie ich 5 minuten lang gras abbaue ich habe jetzt so ziemlich alles gefällt ja all die da ist ja noch gras übrig aber ihr habt ihnen eine 1 prozent chance ist der samen raus troppen vielleicht doch ein bisschen mehr ja ich habe jetzt glaube ich genug und zwar werde ich jetzt anpflanzen das video nähert sich schon am ende ich muss überlegen wie ich das video nenne wahrscheinlich mining stream fragezeichen als ich nenne es zehn abos danke oder nein was für name was für name weizenform ja ich glaube das könnte ein gutes sein warte ich mache jetzt gleich ein screenshot von der weizenform guten tag leute all die nur müssen auf einmal im haus ich wollte ein screenshot machen von der farm hab das video gelöscht und ja ich glaube es erklärt sich von selbst ich sag nichts mehr dazu ich bin ich sollte aufhören mit youtube ja es mittlerweile nacht ja ich weiß ich habe noch viel geredet ich war hier habe das foto gemacht auf einmal screenshot habe ich gemacht so voll auf normal voll auf geil und auf einmal nicht aufgenommen wurden und ich so nein also was ich gemacht habe ich habe hier unten bin ich gegangen habe das gemeint ein bisschen weiter habe ein bisschen eisen gefunden und habe eigentlich größtenteils wie gesagt gesagt wollt ihr den 1 stunden stream dann schreibt 1 in den chat wallah und ja wenn ihr nicht wollt schreibt mir 2 in den chat keine ahnung weiß ich wie das läuft elmen nein nicht jetzt mein bruder klopft an meine tür fantastisch wie gesagt wenn ihr wenn ihr sehen wollt einzelnen chat und sonst ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen elmen kannst du nicht zehn sekunden warten ach dank fürs zuschauen leute lasst like da und abonniert natürlich den kanal und glocke aktivieren damit ihr kein video mehr verpasst ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen ciao und bei